Wo fliegen wir eigentlich hin? Wir waren ja schon in Russland, Rom und im Siam-Park. Wo ist denn der Siam-Park? Auf Teneriffa. Und wo ist Teneriffa? Im Meer. Ja, und wo fliegen wir nun hin? Flughafen Berlin-Brandenburg. Und wann sind wir endlich da? Schon lange. Aber wir müssen noch warten, bis der Flughafen fertig ist. Ginge es nicht schneller, in New York zu landen und mit dem Schiff herzufahren? Das würde zwei Wochen dauern. Okay, ich frag den Piloten. Wen haben wir denn da? Hallo, ich bin Katilina Sergiev. Katilina Sergiev! Katilina Sergiev? Ja, Katilina Sergiev. Katilina Sergiev! Ich und meine Freunde haben uns überlegt, dass es doch schneller gehen würde, nach New York zu fliegen und mit dem Schiff herzufahren, als zu versuchen, auf dem Flughafen Berlin-Brandenburg zu landen. Da haben Sie recht. Hey, Mumen, dreh nach New York! Verstanden. Ich müsste da mal urinieren. Kein Ding, mein Alter. Rück das Geld raus! Sofort! Schnell, schnell! Äh, wir sind keine Bank. Was? Was denn dann? Ein Flugzeug? Oh, ähm, dann entführen wir euch halt und erpressen Ösegeld. Also keine Bewegung oder ihr werdet erschossen. Aber wie sollen wir das Flugzeug fliegen, wenn wir uns nicht bewegen dürfen? Ach, halt die Klappe! Es weiß ja eh niemand, dass wir hier sind. Da kann nichts passieren. Leute, da sind bewaffnete Typen im Steuerraum. Hätte ich doch nur meine Waffen dabei. Kein Problem. Ich habe sie dir eingepackt. Die Leute vor uns haben auch welche dabei gehabt. Also habe ich da auch deine mitgenommen. Och, Niklas! Was kannst du eigentlich? Wo ist die Waffe denn jetzt hin? Warum guckst du mich so? Ach, egal. Eine reicht auch. Vorsicht, Zagiev. Er hat wohl deine Waffe gefunden. Wenn das hier schon nicht klappt, dann werden wir alle drauf gehen. Das ist das nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017